Moin Moin nach Hamburg. Wir sind mit Aida Luna heute in Baltimore. Alle Gäste sind in Washington. Heute Abend wird in Crisp Prime Time live gekocht. Die jungen Wilden müssen ein Gericht zaubern aus Zutaten, die sie nicht kennen. Deswegen sind wir jetzt hier in unserem Proviantlager und sammeln die Zutaten zusammen. Das ist nämlich einmal brauner Rohrzucker, Cheddar-Käse, Couscous, getrocknete Tomaten, Lauchpourree, Pasta, Portwein, Rhabarber, Sour Cream, Zucchini und Nutella. Ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit, um daraus was zu kochen. Auf die Plätze! Fertig! Das ist lecker, gell? Leute, hier ist was zum Essen. Was Gesundes muss auch mit rein. Das ist jetzt Leberwurst, Marmelade, schöne scharfe Gewürze. Dann haben wir ein bisschen Schmalkammer reingemacht. Und damit pinsel ich jetzt einfach mal den Teller ein, würde ich sagen, oder? Ich habe gesagt, keine Sauerei, Jungs. Wahnsinn. Nutella fehlt, meinst du? Fünf, vier, drei, zwei, eins, aus! Fertig, fertig! Einen ganz großen Applaus für Stefan, Joachim und Bern! Und was gibt's zu essen? Mein junger wilder Teller auf der AIDA ist Blauschimmelkäse mit weißer Schokolade und einem Fruchtsalat. Und was gibt's mit den Tieren, mit dem Tieren? Möge Mathias? In dieser Zeitung! Junge ist es zu machen.